Ich bin Thomas Barth, ich bin seit fünf Jahren Ortsbürgermeister von Stalingen-Elsheim. Es gilt als attraktive Wohngemeinde für alle Menschen, für Alt und Jung, Stalingen-Elsheim auch für die Zukunft fit zu machen. Das sind Herausforderungen, die ich gerne gemeinsam mit Ihnen annehmen und auch meistern möchte. Seitdem der Thomas Bürgermeister ist, ist es toll, dass ganz, ganz viele junge Leute mit im Pool sind, die bereit sind, sich für die Gemeinde zu engagieren. Er ist der richtige Mann für diesen Job. Er lebt dieses Amt mit Herzblut, mit Leidenschaft. Er ist ehrlich, ich kann das wirklich sagen, weil ich neun Jahre Schulzeit mit ihm begleitet habe. Warum müssen wir Thomas Barth wählen? Weil er in den fünf Jahren gezeigt hat, dass er nochmal fünf Jahre haben soll, um das, was angefangen ist und nicht in fünf Jahren machbar ist, auch zu Ende zu bringen. Ich will mir auch sagen, nicht weil er CDU ist, gar nicht, sondern weil er Thomas Barth ist. Wenn wir tragfähige und nachhaltige Zukunftskonzepte für unsere Gemeinde entwickeln, wollen, dann müssen wir langfristig denken. Was geschieht mit dem Verkehr in Zukunft? Dass wir uns engagieren im Bereich zum Beispiel der E-Mobilität. Auch Ideen wie Carsharing. Wie wollen wir in Zukunft leben und wohnen? Mit bezahlbaren Wohnangeboten für alt und jung. Und wie können wir das zusammenbinden und dafür die entsprechende Infrastruktur seitens der Ortsgemeinde liefern? Und ganz klar, Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass wir unsere Umwelt schonen und dass wir aber auch Umweltschutz und Naturschutz auch schon bei den Kleinsten verankern. Das sind die Herausforderungen von morgen, denen ich mich auch gerne gemeinsam mit Ihnen weiterhin stellen möchte. Deswegen freue ich mich, wenn Sie mir am 26. Mal Ihre Stimme geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.